Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und dem Special Guest dieses ganzen Videos Sula! Falls ihr Sula noch nicht kennt, Sula ist jetzt schon seit über einem halben Jahr festes Mitglied unserer Familie hier. Also Eugen, ich und Sula sind... ne? Wir sind Bros. Und da so, 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 so viele Fragen von euch kamen, ob ich mal wieder ein Video mit Sula drehen kann. Ähm, dachten wir uns, es ist mal wieder an der Zeit. Und wir haben ihre realistische Morgenroutine gedreht. Okay, willst du so liegen bleiben? Nichts anderes außer schlafen kannst du und süß sein. Nehmt das Video nicht ganz zu ernst, sieht das alles mit einem kleinen Zwingen im Auge. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dem Video und los geht's! Okay, also gerade gucken, lieb sein und nicht bangen. Ah, hi, ihr seid ja schon da! Ja, ganz herzlich willkommen zu meiner aller, aller, allerersten Morgenroutine. Aber bitte seid nicht allzu böse zu mir, denn ich schäme mich ein bisschen. Ihr müsst ja verstehen, das ist mein erstes richtiges Video. Aber ich fange dann mal mit meiner Morgenroutine an. Jeden Morgen wecke ich Mama und Papa, indem ich ganz, ganz süß bälle und die ganze Zeit versuche, aufs Bett zu kommen. Aber irgendwie schaffe ich es nicht, weil ich einfach zu klein bin. Und Mama und Papa wollen mich einfach nicht holen, weil die noch schlafen. Und Leute, eins kann ich euch sagen, das dauert manchmal so lange, bis sie wach werden. Aber irgendwann kriege ich es hin und sie sind dann wach und dann holen sie mich aufs Bett und dann können wir endlich kuscheln. Aufstehen, 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 Mama, Papi, Papi, aufstehen. Hey, wir kommen hierher. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Und dann endlich nimmt die Mama mich in den Arm und kraut mich erst mal so dick durch. Oh, ich liebe das. Ich könnte wirklich den ganzen Tag gekraut werden. Den ganzen Tag. Aber ich liebe es auch, mit Papi zu kuscheln. Da lege ich mich immer sehr gerne aufs Gesicht. Mami, guck bitte nicht so. Da ich aber eigentlich noch so müde bin, will ich eigentlich noch weiter schlafen. Und ich lege mich dann einfach auf Mami hin. Und Mami kraut mich sowieso die ganze Zeit durch. Und ich liebe es einfach nur zu liegen und einfach nur zu schlafen. Mama liebt es, mich durchzukräumen. Aber immer und immer wieder kommt diese Frage. Gehen wir jetzt endlich Gassi? Gehen wir Gassi? Komm Gassi, komm wir gehen Gassi. Komm Jula, komm wir gehen Gassi. Komm hin. Komm her, komm her, Sula. Komm her, komm her, komm ich hin Gassi. Oh. Komm, ich hin Gassi. Sitz. Gassi. Pfote. Tup, 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 tup. Nee, ich gehe doch wieder zu Mama. Kein Bock mehr. Wenn wir dann leider aus dem Bett müssen, gehen wir dann aber Gassi und Mama zieht mir dann wie immer mein wunderschönes Geschirr an. Was mir leider ein bisschen zu groß ist, was mir leider ein bisschen zu groß ist, weil ich einfach zu klein bin. Ich habe zwar keine Ahnung, was eine Leine ist, aber lass uns einfach gehen, bitte. Ich mache mir gleich in die Hose. Und die ganze Zeit werde ich gefilmt. Manu, hör doch auf. Aber hey, ich sehe heute mal wieder richtig süß. Jetzt guck mal Mama, wie süß ich bin. Irgendetwas wollte ich noch sagen, aber ich weiß nicht mal ganz genau, was. Ah, genau, ich habe Instagram. Also falls ihr mir gerne auf Instagram folgen wollt und meine Bilder sehen wollt, könnt ihr das gerne machen. Mich heiße da, es ist Oolette Pomp. Hihi. Das erste, was ich bei meiner Morgenroutine da draußen mache, ist natürlich Pipi. Ganz viel Pipi. Mal gucken. Ja, hab Pipi gemacht. Aber das reicht natürlich nicht. Ich mache ganz oft Pipi. Da zum Beispiel auch. Gucken wir mal, ich mache Pipi. Und natürlich mache ich auch Kaki. Aber ich glaube, da muss ich nicht viel mehr zurücklären. Aber mit der Kamera, ich halte es noch nicht cool. Aber es gibt noch so viele andere Kaki, die so gut riechen. Ich verstehe gar nicht, warum Mama das nicht mag. Die zieht mich irgendwie immer weg. Okay, Mami. Irgendwann kommen wir dann wieder nach Hause. Und die Mami zieht mir dann mein Geschirr ab. Aber das ist mein Geschirr und ich liebe mein Geschirr und sie nimmt mir das immer weg. Und dann gibt es endlich Essen. Ich habe ja wirklich zu lange gewartet darauf. Mama guckt dann auch immer, ob ich das auch wirklich will. Und es schmeckt so gut. Es schmeckt so gut. Papi, was genau machst du da eigentlich die ganze Zeit? Lass mich mal gucken. Yum, 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 yum. Das ist auch immer so gemein. Die Mama weiß ganz genau, dass das mein Lieblingsspielzeug ist. Aber sie nimmt mir das immer weg. Aber irgendwann, da kriege ich ihn. Und dann bin ich so stolz. Mein. Aber viel mehr passiert gar nicht so am Morgen. Also wenn ihr vielleicht einen ganzen Tag mit mir sehen wollt, dann gebt mir einfach eine Foto hoch und dann machen das Mama und Papa mit mir. Also wenn euch das Video gefallen hat, Foto hoch und dann bekommt ihr ganz, 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 ganz bald wieder mehr Videos mit mir. Und ich würde dann sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Ich lege mich mal dann wieder ins Schlaf und gehe was essen. Und bis dann. Tschüss. Und das war es auch schon mit der Morgenroutine von Sula. Wir hoffen natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat und wir würden uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Hier, der Daumen. Falls ihr gerne mehr Videos mit Sula haben wollt, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen fetten, fetten, fetten Daumen nach oben oder eine Foto nach oben. So, dann und ich sagen dann, wir sehen uns beim nächsten Mal im Video und wir hoffen natürlich, ihr hattet viel Spaß und bis dann. Tschüss.